Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe 91, heute mal am Sonntag, dem 18. März 2018 und am Mikrofon begrüßen euch wie immer Ulf Burmeier und Philipp Basse. Ganz herzlich willkommen zu unserem allwöchentlichen Zusammenkehren der politischen Ereignisse der zurückliegenden Woche mit verbunden mit dem Versuch ein bisschen einzusortieren, ein bisschen zu erklären und ein bisschen zu analysieren. Und in diesem Fall, bevor es losgeht, wieder ein bisschen Hausmeisterbericht ganz kurz, nur weil da auch ein paar Anfragen von euch kamen. Ihr wisst, Spenden sind für uns ein ganz, ganz wichtiges Moment und wir sind da wahnsinnig dankbar, alle die Daueraufträge eingerichtet haben und uns regelmäßig spenden und auch gerade in dieser Woche ist viel wieder eingegangen. Und da kam dann auch mal die Anfrage, ob wir bei Libera Pay nicht auch den Hut aufstellen könnten, haben wir gemacht. Das ist so eine Art PayPal, ein bisschen liberaler, nicht ganz so, nicht ganz so amerikanisch kapitalistisch inspiriert. Also Libera Pay slash Lage der Nation, liberapay.com slash Lage der Nation findet ihr in den Shownotes für alle, die da gerne etwas abwerfen wollen oder da ohnehin schon zu Hause sind. Okidoki. Und damit springen wir hinein ins Pad. Wir haben in dieser Woche einen großen Schwerpunkt, kann man so sagen, quasi die Weltlageverhältnis des sogenannten Westens zu Russland, aber auch die Lage der Demokratien auf der Welt und haben da eine ganze Reihe von einzelnen Nachrichten, die sich zu einem, wie wir beiden finden, doch recht beunruhigenden Bild zusammenfügen. Und wir wollen versuchen, eben diese Weltlage aus ganz verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Fangen wir an mit einer Detailnachricht auf den ersten Blick, die sich in den vergangenen Tagen in Großbritannien ereignet hat. Und Sergej Skripal, ein ehemaliger Doppelagent, der sowohl für Russland als auch für Großbritannien spioniert haben soll, und seine Tochter lebten so seit sieben, acht Jahren im britischen Salisbury. Und vor einigen Tagen sind die beiden bewusstlos auf einer Parkbank gefunden worden. Und ein Polizeibeamter, der ihnen zu Hilfe kam und ich glaube auch noch weitere Personen, die dazu kamen, sind ebenfalls dann mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus gekommen. Sergej Skripal und seine Tochter sind bis heute nicht wieder bei Bewusstsein und die Analysen stellten nach einer Weile heraus, dass die beiden mit einem Nervengas offenbar vergiftet worden sind. Und da stellt sich die Frage, wer bringt Sergej Skripal und seine Tochter auf einer Parkbank oder generell wahrscheinlich war es eher in einem Pub in dieser britischen Stadt Giftgas bei. Und die Analysen führten zu einem relativ schweren Vorwurf, Philipp. Ja, die Analysen führten zu dem Vorwurf, den Theresa May diese Woche im britischen Unterhaus präsentiert hat. Und die Beschuldigungen der britischen Premierministerin waren ziemlich eindeutig adressiert. Based on the positive identification of this chemical agent by world-leading experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Port and Down, our knowledge that Russia has previously produced this agent and would still be capable of doing so, Russia's record of conducting state-sponsored assassinations, and our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations, the government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergej and Julia Skripal. Also die Premierministerin sagte, wir haben das analysiert in unserem Labor und es ist Novichok. Wir wissen, was das für ein Nervengift ist. Angesichts der Geschichte der russischen wissen wir, dass sie gerne auch, sagen wir mal, Menschen, die sie als Feinde ausmachen, umbringen. Insbesondere Verräter, das war ja das Wort, das sie verwendet hat, das ist Defekte, also Leute, die quasi von der Fahne gehen. Genau. Und deswegen halten wir das für höchstwahrscheinlich, dass Russland hinter diesem Mordversuch zumindest steht. Und sie schloss dann noch an. Also entweder, sagt sie, sei das ein direkter, vom Staat gesteuerte Anschlag, oder eben Russland hat die Kontrolle über ihre gefährlichen Nervengase verloren. Das war sozusagen die Ansage, verbunden mit einem Ultimatum, sich, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden oder so, also relativ kurz, zu erklären und das alles aufzuklären. Das hat Russland dann verstreichen lassen. Und da flammte dann die Diskussion halt auch schnell auf, wer war es? Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA haben sich dann hinter Theresa May gestellt und eine gemeinsame Erklärung unterschrieben. Eben mit diesen Worten auch mit hoher Wahrscheinlichkeit geht die Verantwortung eben Richtung Russland. Aber ja, da ist wieder die große Frage, wie bei diesen anderen Angriffen digitaler Art, die Russland zugeschrieben werden, wie eindeutig ist es, Ulf? Ja, ganz genau. Wir haben es hier wieder mit diesem berühmt-berüchtigten Attributionsproblem zu tun. Also der Frage, wie kann man so einen Attentat oder eben auch eine Cyberattacke tatsächlich einem ganz bestimmten Urheber zuordnen. Und wir haben ja eben den O-Ton von Theresa May gehört. Es sind natürlich eine ganze Reihe von Indizien, die tatsächlich in Richtung Russland weisen. Aber Beweise sind das bei weitem nicht. Matthias Platzeck zum Beispiel hat im Interview sich da auch sehr skeptisch geäußert. Die Vorwürfe seien nicht bewiesen, heißt es da. Er verweist zum Beispiel darauf, dass Putin möglicherweise gar kein Interesse haben könnte, so deutliche Spuren zu hinterlassen. Ja, dieses spezifische Giftgas ist nämlich in der Tat damals in der Sowjetunion entwickelt worden. Das heißt, da würde man da schon relativ deutliche Spuren hinterlassen. Und Platzeck fühlte sich zugleich erinnert so an die Vorgeschichte des Irakkriegs. Wir erinnern uns da an diese sagenumwobene Präsentation, wo insbesondere auch die Briten darauf hingewiesen haben, sie hätten angeblich Massenvernichtungswaffen auf Luftbildern aus dem Irak gefunden. Und das wies sich hinterher alles als gefakt. Die Süddeutsche Zeitung hat in der Ausgabe vom Montag ähnlich kommentiert. Da muss deutlich mehr kommen, meinte die Süddeutsche Zeitung in Sachen Attribution. Und ich persönlich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Denn natürlich weisen diese Gase zunächst mal tatsächlich auf die Sowjetunion, beziehungsweise heute auf Russland oder einen anderen Nachfolgestaat der Sowjetunion als Urheber. Aber auf der anderen Seite ist es ja eben auch nicht ausgeschlossen, dass bei der Vernichtung dieser Nervengasvorkommen quasi zur Zeit des Tauwetters nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation in den 90er Jahren auch tatsächlich mal Bestände abhandengekommen sein mögen. Ja, wer weiß das schon. Deswegen haben westliche Staaten jetzt auch Russland zum Beispiel aufgefordert, doch mal Rechenschaft zu legen, ob dieses Gas tatsächlich vernichtet worden ist. Und dann muss man sehen, dass auch die Formeln dafür schon in den 90er Jahren gen Westen geleakt worden sind. Und es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich davon auszugehen, dass auch westliche Geheimdienste oder Militärfirmen dann tatsächlich mal versucht haben, dieses Nervengas zu synthetisieren, einfach um das zu analysieren und sich dagegen gegebenenfalls verteidigen zu können. Da hat Jan van Aken, finde ich, ein ganz interessantes Interview gegeben im Deutschlandfunk. Jan van Aken, der saß bis vor kurzem noch für die Linken im Bundestag und war auch mal UN-Biowaffen-Kontrolleur. Und der hat auch gesagt, also hier, sagen wir mal, müssen beide Staaten, Russen wie Briten, noch nachliefern. Ja, ich glaube, hier machen sowohl die Briten als auch die Russen einiges falsch. Denn genau für solche Fälle gibt es ja die Chemiewaffenkonvention. Und in der Chemiewaffenkonvention ist genau für solche Vorwürfe und Verdächtigungen ein Prozedere vorgeschlagen. Das ist in Artikel 9 Absatz 2 ganz klar festgelegt, dass wenn ein Land solche Anschuldigungen erhebt, dass denn das beschuldigte Land zehn Tage Zeit hat, darauf zu antworten. Und dass natürlich auch die Verdächtigungen konkretisiert werden müssen. Das heißt, es ist schon richtig, dass die Engländer mehr auf den Tisch legen müssen, als nur dieses ganz simple, wir wissen, die Russen haben das vor 40 Jahren mal entwickelt. Deswegen seid ihr heute schuldig. Das reicht nicht aus. Und da fragt man sich natürlich, was soll das sein, mehr auf den Tisch legen? Und da sagt er, naja, das ist ziemlich eindeutig, man kann einen chemischen Fingerabdruck erstellen lassen. Also dieses Nervengas, von dem die offensichtlich doch einige Proben besitzen. Das ist meistens nicht das reine, pure Nervengas, sondern da sind immer auch irgendwie Verunreinigungen drin, die bei der Produktion entstanden sind, mit reingekommen sind. Und diese Verunreinigungen sind dann häufig sehr spezifisch auf einen bestimmten Produktionsort, eine bestimmte Fabrik zurückzuführen. Und da sagt er, das müssen die Briten liefern, aber eben die Russen auch. Dann muss es Erklärung geben aus Russland zum Beispiel, was ist mit den Restbeständen des Nullschocks-Programms passiert. Wir müssen vielleicht chemische Fingerabdrücke von ihren Proben zur Verfügung stellen, damit das verglichen werden kann. Also da gibt es Möglichkeiten der Aufklärung, ob die am Ende eindeutig sind, weiß ich nicht. Er hat auch gesagt, das was du auch schon angedeutet hast, also Mitte der 90er, als die Sowjetunion zerfallen war und dabei war zu zerbröseln, da haben zum Beispiel auch Amerikaner mitgeholfen. In Usbekistan, glaube ich, war es so ein Produktionsstandort mit aufzubauen und abzubauen, Entschuldigung, und zu vernichten. Und er sagt, auch andere Länder hätten, würde er annehmen, Novichok zumindest in sehr, 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 sehr geringen Mengen mal produziert, um eben, ja, Gegenmittel entwickeln zu können, Gasmasken testen zu können, etc. Und auf die Frage, wie es denn jetzt weitergeht, da sagte Van Aken. Und ansonsten ist es aber ein richtiger Schritt der Engländer jetzt, Proben dieses Giftes, was sie wohl gefunden haben, an die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen der OPCB zu übergeben. Die müssen das analysieren. Und dann müssen die Russen tatsächlich innerhalb von zehn Tagen darauf antworten. Wenn das am Ende nicht zu einer Lösung führt, des Konfliktes, dann ist es die Möglichkeit, dass innerhalb der Chemiewaffenkonvention eine technische Gruppe eingerichtet wird, die das unabhängig untersucht. Aber mittlerweile, ja, ist die zehn Tage noch nicht verstrichen und zumindest verbal und diplomatisch eskaliert das Ganze, Ulf. Ja, das muss man wohl sagen. Das Außenministerium in Moskau zum Beispiel spricht schon ausdrücklich von antirussischer Propaganda und von einer Zirkusshow. Das heißt also, in Moskau fühlt man sich ganz offensichtlich überhaupt nicht schuldig oder jedenfalls versucht man das hinter einer doch einigermaßen aggressiven Rhetorik zu verbergen. Unterdessen eskaliert es auch insofern weiter, als das Vereinigte Königreich inzwischen 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen hat, unter anderem den russischen Botschafter Alexander Jakovenko, der wiederum als Putin-Vertrauter gilt. Und die Russen haben das gerade heute am Sonntag in gleicher Münze heimgezahlt. Sie haben ebenfalls 23 britische Diplomaten ausgewiesen. Außerdem wird ein britisches Kulturzentrum in Moskau, das British Council, geschlossen. Das ist, wenn ich es richtig weiß, sowas ähnliches wie das Goethe-Institut. Und das Konsulat in St. Petersburg wird geschlossen. Mit anderen Worten, Eiszeit zwischen London und Moskau. Und in dieser Affäre, muss man sagen, stehen derzeit alle Zeichen auf Sturm. Und was mich besonders besorgt daran ist, dass es ja eigentlich, das hat Jan von Aken, fand ich, sehr schön deutlich gemacht, quasi eine formalisierte Art und Weise gibt, wie man diese Konflikte um den Einsatz von Chemiewaffen oder um solche Vorwürfe jedenfalls beheben sollte. Und diese Strukturen, diese Formen werden jetzt eben gerade nicht genutzt, sondern stattdessen herrscht im Grunde wie zu Zeiten des Kalten Krieges eine Logik von Schlag und Gegenschlag. Und das ist doch einigermaßen besorgniserregend. Ja, und da, finde ich, kommt auch später mit rein, was am Anfang so ein bisschen durchgeklungen ist. Was sollten denn die Motive sein, der Russen sowas zu machen? Sowas Offensichtliches, wo sie wissen, die ganze Welt schaut da zunächst mal gen Osten auf uns. Und was sind die Motive von Theresa May? Und das hat auch Jan von Aken so ein bisschen auseinandergenommen. Also er meinte halt, bei May, und das, finde ich, kann man nachvollziehen, die steht halt dermaßen in politisch unter Druck, dass es für sie, wie so oft, willkommen ist, wenn da sich ein äußerer Feind, sagen wir mal, anbahnt, auf den man sozusagen schießen kann, erst mal verbal und diplomatisch, um dann im Inland halt die Leute hinter sich zu versammeln, die Nation. Und ich glaube, bei Putin ist das durchaus, sagen wir mal, ein ähnliches Motiv. Wenn du von der Wahl stehst, die jetzt, das sprechen wir auch noch drüber, nicht sehr wahrscheinlich ist, dass du die verlierst. Aber trotzdem, es ist natürlich auch, war das damals bei der Krim auch so und ist es in der Ukraine so, also stärkst du dann schon deine Truppen im Inland, wenn du äußere Feinde hast. So, ja, und wenn sich dann jetzt, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, alle gegen dich verbünden, dann klingt das erst mal dramatisch, aber für Putin innenpolitisch muss sowas nicht schlecht sein. Also, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass er das war, aber es gibt durchaus politische Motive, die dafür sprechen könnten, dass er das macht. Aber was ich dich mal fragen wollte, ich meine, Indizien, wir haben jetzt gesagt, es gibt keine Beweise, noch nicht, dass es die Russen waren. Das ist ein Nervengift, hochgefährlich, was vor allen Dingen in Russland produziert wurde, aber das alleine, wie gesagt, in den 90er, ich war in den 90er Jahren so ein bisschen da unterwegs in diesen Ländern. Also, da kann eine ganze Menge abhanden kommen und ist ja auch eine Menge abhanden gekommen in dieser Zeit. Das ist nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, dass in dieser Zeit da auch solche Nervengifte in kleinen Mengen abhanden gekommen sind. Ich weiß nicht, wie man damit umgehen muss, aber das ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Wir haben nur Indizien. Ja, das ist, zu dem Stichpunkt Umgang, das ist vielleicht noch ganz interessant. Diese Nervengifte, ich weiß es nicht, bei diesem, was da ganz konkret eingesetzt worden ist, da weiß man ja nur, dass es aus welcher Gruppe es stammt, aber die zeichnen sich wohl dadurch aus, das wusste die Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft zu berichten, die hatten da einen Chemiker, der sich mit sowas beschäftigt. Solche Nervengifte zeichnen sich dadurch aus, dass sie häufig als quasi zwei Komponentensysteme hergestellt werden. Das heißt also, man synthetisiert in der Fabrik noch gar nicht diesen Giftstoff, sondern zwei Ausgangsprodukte, die dann quasi wie bei einem Sekundenkleber unmittelbar vor dem Einsatz erst miteinander vermischt werden und dann das eigentliche Giftgas erzeugen. Und diese Ausgangsprodukte kann man dann völlig gefahrlos transportieren. Und das könnte auch der Weg gewesen sein, wie möglicherweise russische Agenten in Salisbury dieses Gift tatsächlich den Opfern beigebracht haben, indem sie halt diese Ausgangsstoffe, diese ungefährlichen Ausgangsstoffe ins Land geschmuggelt haben und dann erst in Salisbury tatsächlich zu dem Giftstoff vermengt haben. Genau, da gibt es dann, wie das ins Land gekommen ist, auch noch die andere Theorie, dass es eben über seine Tochter gekommen ist, die wohl erst vor wenigen Tagen oder wenige Tage vor dem Anschlag aus Moskau oder aus Russland eingeflogen ist nach London und dass möglicherweise das eben in ihrem Gepäck schon mitgekommen ist, ohne dass da jemand von russischer Seite England hätte betreten müssen. Aber das sind so ein paar Theorien, da gibt es halt, ich glaube insgesamt ermitteln da tausend Personen aus Sicherheitskreisen, Militär etc. und Polizei in England jetzt in dieser Affäre. Aber ich meine, muss denn immer alles bewiesen sein? Ich meine, du bist ja als Richter auch immer dabei und du hast ja nicht immer Beweise für alles und trotzdem, vielleicht reichen ja irgendwann auch Indizien, um politisch zu handeln, oder? Ja, um politisch zu handeln auf der einen Seite, ja, aber wo du jetzt schon den Vergleich ziehst mit der richterlichen Tätigkeit, es gibt zwar keine ganz strikten oder ganz wenig strikte Beweisregeln im Strafprozess, sondern das alles quasi überstrahlende Kriterium ist die sogenannte richterliche Überzeugungsbildung. Ja, und wenn man sich von etwas überzeugen kann, dann kann man auch verurteilen, solange man dann in den Urteilsgründen keine Verstöße gegen Denkgesetze zum Beispiel sich leistet. Ja, das haben wir ja am Beispiel des Berliner Raser-Urteils vor ein paar Wochen mal so ein bisschen durchexerziert. Aber in diesem Fall muss man ganz ehrlich sagen, scheint mir die Beweislage relativ dünn. Ich meine, natürlich weist einiges auf Russland hin, aber auf der anderen Seite gilt es genauso wie bei diesen Cyberhacks, dass man natürlich auch ganz gezielt einen Giftstoff verwenden kann, zum Beispiel als westlicher Geheimdienst, der auf den allerersten Blick mal nach Russland verweist. Das ist im Prinzip genauso, wie man natürlich als geschickter Mörder heutzutage einfach mal eine Zigarettenkippe von irgendjemand anders am Tatort hinterlassen kann. Und schon werden DNA-Spuren von einer dritten Person am Tatort gefunden und nach dieser Person gefahndet. Das muss man sehen. Also die kriminalistischen Methoden haben sich deutlich verbessert natürlich gegenüber früheren Zeiten. Auf der anderen Seite machen die es aber auch besonders leicht, irreführende Spuren zu verteilen. Ich habe selber schon mit Fällen zu tun, gehabt, wo die Polizei hunderte von Zigarettenstummeln analysiert hat. Und da kann man natürlich relativ leicht einfach welche dazulegen, indem man mal irgendwo auf der Straße welche aufsammelt. Also das ist jetzt nur ein Vergleich gewesen. Ich weiß ja nicht, welche Beweise die britischen Geheimdienste tatsächlich haben. Vielleicht ist die Beweislage in eingestuften Dokumenten deutlich besser, als wir das jetzt so öffentlich nachvollziehen können. Aber ich finde auch wirklich ein schlagendes oder ein deutliches Gegenargument, dass ich mir nicht so sicher bin, ob Putin tatsächlich ein Interesse daran hat, quasi in der Woche vor der Präsidentschaftswahl einen solchen Streit vom Zaun zu brechen. Auf der einen Seite, ja, muss man natürlich sagen, Konflikte nach außen kann man häufig innenpolitisch ausnutzen, weil sie dann eben dazu führen, dass man sich solidarisiert quasi und um den Führer der Nation schart. Das ist natürlich ein Motiv, das historisch schon öfter aufgetreten ist. Auf der anderen Seite, wir sprechen gleich noch genauer über den russischen Wahlkampf, aber hat sich Putin auch sehr viel Mühe gegeben, eben tatsächlich als der einzige Staatsmann unter den Kandidaten dazustehen und hat versucht, die anderen, oder hat im Grunde fast schon eher zugeguckt, wie sich die anderen Kandidaten dekonstruiert haben, teilweise in Fernsehshows. Und da muss man sagen, bin ich mir nicht so sicher, ob diese Geschichte jetzt tatsächlich nach souveräner Führung aussieht, wenn die Briten solche schweren Vorwürfe erheben. Ja, aber er konnte sich auch bewusst sein, dass es wahrscheinlich einen eindeutigen Beweis erstmal nicht geben wird. Und er kann es nach innen immer so darstellen, in diesen staatlich kontrollierten Medien, weißt du, haha, schon sind wir wieder die Schuldigen. Ja, da hat irgendjemand mit Giftgas irgendjemand attackiert, hey, den haben wir ausgetauscht, das war ein Ex-Agent, wir haben das noch nie gemacht, es gibt überhaupt kein Motiv, den irgendwie umzubringen, warum sollten wir das machen? Jetzt stehen wir wieder als die Opfer da, jetzt ist der Westen gegen uns. Ich finde das eine Argumentation, die glaube ich in Russland durchaus verfangen kann. Also das jetzt, das als einziges, also zumindest als Argument zu benennen, warum er das nicht macht, warum Russland nicht in Frage kommen kann, das halte ich für schwach. Also das sozusagen als einziges Argument zu sagen, ja, welches Interesse hätte er denn, das würde ja überhaupt nicht passen. Ja, möglicherweise aus unserer Perspektive wäre das ein komischer Move, aber ich glaube aus russischer Perspektive macht das total Sinn. Gerade wenn sie wissen, dass das nicht sofort ihnen wirklich wasserdicht bewiesen werden kann. Ja, aber außenpolitische Konflikte, quasi dieses Motiv, das ich zuerst diskutiert habe. der hat die Krim zurückerobert. Weißt du, wo du auch denken würdest, in die Krim einmarschieren, geht's noch unter irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Argumenten, irgendwelche Umfragen, die da angeblich erstellt wurden, na klar, funktioniert, sind bis heute da, weißt du, und niemand redet sich darüber. Sie haben das annektiert, Sie haben sogar auf der Krim ja Wahlen durchgeführt, wo jetzt eben Präsidentschaftswahl war, selbstverständlich wurde auch auf der Krim gewählt. Also das ist einfach, das ist für mich kein Argument, aber wir sollten diese Indizien trotzdem nochmal zum Anlass nehmen, um so ein größeres Bild nochmal zu machen. Also das, was sich ja schon so darstellt, ist, dass Russland wirklich auf sehr, sehr vielen Ebenen als Störfaktor auftritt, der für Unruhe, Unsicherheit und Instabilität sorgt. In den westlichen Staaten. In den westlichen Staaten. Die haben die Krim annektiert. Sie haben ihre Rolle, ihre Leute in der Ukraine. Sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach diese Linienflugzeug MH17 über der Ukraine abgeschossen, zumindest mit russischen Waffen. Weil das wahrscheinlich eine Panne war. Gut, okay. Sie sind in Syrien. Die Rolle haben wir beschrieben. Sie sind zumindest ein großer Verdächtiger in diesem Bundestags-Hack. Sie sind ein großer Verdächtiger in diesem Regierungs-Hack, über den wir gesprochen haben. Litvinenko haben wir auch, müssen wir auch erwähnen, auch ein ehemaliger Agent, der vor ein paar Jahren jedenfalls in London auch ermordet wurde. Ein britischer Richter. Das ist dieser Polonium-Fall. Polonium-Fall, genau. Ein britischer Richter hat die beiden Sommerschuldigen ausgemacht, mit denen er sich zuvor getroffen hatte. Der eine von denen sagt, der Spiegel sitzt jetzt im russischen Parlament. Also da ist auch nichts passiert. Weder von den Briten, Russen noch von den Russen. Jetzt der Fall Skripal. US-Wahlkampf reden wir auch gleich noch drüber. Das ist, glaube ich, mittlerweile ziemlich unbestritten, dass die Russen dafür sehr, 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 sehr viel Unruhe gesorgt haben, mit dem Ziel, mindestens für Unruhe zu sorgen, wenn nicht sogar auch Trump an die Macht zu bringen. Also, und das erinnert mich einfach an diese Strategie, die die Russen auch in den 90er Jahren gefahren haben, nach dem Zerfall der Sowjetunion, in diesem, was sie immer nennen, nahen Ausland, also diese ehemaligen Sowjetrepubliken. Und da war die Strategie genau die, also herrschen durch Unruhe. Du stiftest permanent Unruhe, du hast irgendwo deine Militärbasen, zettelst da Aufstände an. Und dadurch, dass diese Länder dann irgendwie uninstabil sind, keine richtigen Wahlen durchführen können, ständig Bürgerkriege stattfinden, konnte halt Moskau dort Macht ausüben und das Ding so lenken, wie es ihnen passte. Und ich glaube, diese Strategie fahren sie, fahren sie, ob jetzt nicht jeder einzelne Fall, den ich aufgelistet habe, dann letztlich ihnen zuordnen lässt. Aber die fahren sie, denke ich, schon. Dass sie dabei sind und zu sagen, wir wollen diese westlichen Demokratien destabilisieren, A, um auf der Weltbühne mehr Macht ausüben zu können, aber auch B, um nach innen sagen zu können, hey, liebe Leute, diese Demokratie, hey, komm, das ist doch alles Kokolorus. Das könnt ihr doch sehen. Ja, also ich glaube, man muss schon so ein bisschen differenzieren. Es gibt, also ich teile so deine grundsätzliche Analyse, dass es doch einfach bemerkenswert viele Fälle gibt, die danach aussehen, als wenn Russland tatsächlich destabilisierend eingreift. Aber ich glaube, die Wirkmechanismen sind doch schon sehr unterschiedlich. Also in Syrien geht es, glaube ich, einfach um sehr unmittelbare Form von Einfluss, zunächst mal militärischem Einfluss und dann politischen Einfluss, dadurch, dass man einen mit Russland eng verbündeten Machthaber, nämlich den dortigen Diktator, stützt und sich damit hoffentlich ein Regime, aus russischer Sicht hoffentlich ein Regime, hält, kann man ja schon fast sagen, in Syrien, auf das man bauen kann. Da kann man möglicherweise auch auf Dauer russische Militärbasen in der Region etablieren zum Beispiel. Also das ist eine ziemlich unmittelbare Form von Einflussnahme. Noch unmittelbarer ist sie natürlich in der Ukraine und auf der Krim. Wir haben es eben gesagt, weil man da direkt einmarschiert ist. Während die Interventionen zum Beispiel in Deutschland, Bundestags-Hack, Regierungs-Hack, natürlich deutlich subtiler funktionieren. Da geht es zum einen mal darum, Informationen zu gewinnen und zum anderen weiß ich gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar ganz angenehm war, dass die bekannt geworden sind, weil die natürlich so ein bisschen das Vertrauen schwächen in die demokratischen Institutionen in Deutschland. Und da kann man sich dann die Frage stellen, ob das nicht möglicherweise so funktioniert, Philipp, wie du es gesagt hast. Nicht, dass einfach, dass man die westlichen Demokratien, wie eben zum Beispiel die Deutsche, wesentlich weniger attraktiv erscheinen lässt, indem man sie quasi vorführt und sagt, das funktioniert auch alles nicht. Und in diese Richtung würde sich ja zum Beispiel auch das Wirken von Russia Today in Deutschland einfügen lassen. Denn da geht es ja auch systematisch darum, dramatische Missstände in Deutschland zu dokumentieren. Das erleben wir auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte immer wieder. Also die interessieren sich auch mal ganz brennend dafür, wenn wir irgendwelche Verfassungsbeschwerden erheben. Und dann ist der Spin immer so, dass sie versuchen, in ihrer Berichterstattung darauf hinzuweisen, Deutschland ist im Grunde auch kein Rechtsstaat. Das ist immer so der Spin, der da versucht wird. Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, ob man denen überhaupt ein Interview geben will. Einfach weil man davon ausgehen kann, dass diese Dinge, die man denen erzählt, dann hinterher in einer ganz bestimmten Weise in einen Kontext gestellt werden. Da geht es dann eben nicht mehr darum, was so die Linie der GFF wäre, ja kleinere Probleme in Deutschland zu beheben. Denn ich bin grundsätzlich mal der Meinung, dass wir eine ziemlich gute Verfassung haben im weltweiten Vergleich, vielleicht sogar eine der besten überhaupt auf der Welt. Und da geht es eben darum zu zeigen, nein, es ist alles nur Murks in Deutschland. Das ist ein ganz anderer Spin, als was wir bei der GFF für richtig halten würden. Gut. Welche Reaktionen haben wir uns noch im Pet aufgeschrieben? Was wird der Westen tun, Philipp? Was denkst du, wenn das die russische Strategie ist, die wir jetzt ja gerade so ein bisschen rausdestilliert haben, aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, bei denen wir uns bewusst sind, dass die Attribution im Einzelfall schwierig sein kann, aber es ist ein ganzes Bündel von einzelnen Akten. Und wie reagiert denn jetzt eigentlich der Westen auf diese, man kann schon fast sagen, auf dieses Sperrfeuer aus Moskau? Ich glaube, sie werden sich, also der Westen wird einfach sich versuchen zu schützen und abzuschotten. Also ich glaube, es wird viele Länder in sich zurückkriechen, ein bisschen weniger kooperieren, versuchen, so wie die das jetzt auch im Fall von Skripa gemacht haben, zumindest ein einheitliches NATO-westliches Europa-Bild nach außen abzugeben, was aber häufig nicht gelingt eben. Und ja, also jetzt haben wir es auch in den USA gesehen, in Sachen Einmischung in die Wahlen. Da hat dieser Sonderermittler Mueller schon vor längerer Zeit Anklage erhoben gegen 13 Personen und Institutionen. Und jetzt hat auch, sagen wir mal, die amerikanische Regierung offiziell Sanktionen und Boykott gegen einzelne Personen und Firmen erhoben, die da auch mit von Müller angeklagt wurden. So wird das jetzt wahrscheinlich erst mal weitergehen, oder was denkst du? Also dass sozusagen die Leute gegenseitig ausgewiesen werden, die Diplomaten werden ausgewiesen, es werden einzelne Personen rausgepickt und Firmen rausgepickt, mit denen man keine Geschäfte mehr machen darf, die nicht mehr ins Land rein dürfen. So, sie werden versuchen, irgendwie ihre Systeme weiter abzuschotten. Anders kann man sich das kaum vorstellen. Und ja, und ich finde es so interessant, weil es doch in den 90er Jahren eben nach dem Ende der unmittelbaren Ost-West-Konfrontation so eine Zeit gab, die man ja, die schon fast Scherz hat, als das Ende der Geschichte bezeichnet wurde, wo man davon ausging, jetzt ist es mal vorbei mit der Konfrontation und jetzt bricht es Zeit der Globalisierung an, wo die Menschen auf der Welt vergleichsweise frei miteinander Handel treiben, Klammer auf, was natürlich auch seine Nachteile haben kann, ja, Klammer zu, aber wo es im Prinzip jedenfalls einen relativ unbeschränkten internationalen Austausch gibt. Und 20 Jahre später, muss man sagen, ist von diesem Optimismus doch nur noch vergleichsweise wenig übergeblieben. Das eine ist eben diese neue Ost-West-Konfrontation und das andere ist natürlich das Zeitalter des islamischen Terrorismus, der natürlich auch zu dramatischen Einschränkungen auf allen Gebieten geführt hat, häufig auch missbraucht wird als Vorwand für drastische Einschränkungen von Freiheitsrechten in westlichen Staaten. Es gibt ja viele Maßnahmen, die nur in der Begründung, aber nicht tatsächlich was mit Terrorismusabwehr zu tun haben. Aber ich finde das schon relativ ernüchternd, ehrlich gesagt, wie dieser Optimismus doch 20 Jahre später einer erheblichen Ernüchterung gewichen ist. Wie empfindest du das? Ja, das kann man auch messen. Also ich habe das in dieser Woche, glaube ich, kam jetzt raus, der Jahresbericht von Freedom House. Das ist so eine NGO, die, glaube ich, relativ anerkannt, zumindest damals in meinem Politikwissenschaftsstudium, sagen wir mal, jährliche Berichte rausgibt zum Zustand der politischen und bürgerlichen Rechte, dem Zustand der Demokratie weltweit. Also die haben ein relativ elaboriertes System, um eben für einzelne Staaten zu messen, wie nicht nur, wie sind denn so die Bürger, öffentlichen Rechte in der Verfassung und in Gesetzen festgeschrieben, sondern wie werden die auch in der Praxis gelebt? Da haben die verschiedene Indikatoren. Wie werden Minderheiten behandelt? Wie sind die im Parlament repräsentiert? Wie viele unterschiedliche Medien gibt es? Etc. Etc. Wie ist da die Vielfalt? Wie sind die Besitzverhältnisse? Und die messen also so den Zustand der Demokratie. Und die haben halt jetzt dieser Tage den Jahresbericht vor 2017 rausgegeben. Und da hatte ich schon das Gefühl, naja, das bestätigte Gefühl, was du eben auch schilderst, nämlich, dass die Demokratie 2017, ja, in einer wirklich fast mit der ernstesten Krisen weltweit sind, seit die diese Berichte machen. Sie sagen quasi, das ist jetzt der zwölfte Rückgang in Folge von globaler demokratischer Freiheit, die sie messen. Also seit zwölf Jahren gibt es quasi weniger demokratische Zugewinne in den Ländern als Abnahme. Und im letzten Jahr waren es eben 71 Länder, die netto einen Rückgang an politischen und bürgerlichen Rechten erlebt haben. 71, während 35 Länder Zugewinne haben, also bestimmte Gesetze und Institutionen geschaffen haben und erfolgreiche, weiß ich nicht, Machtwechsel durch Wahlen hinbekommen haben, etc. Und 71 haben aber Rückschritte erlebt. Und Türkei ist wahrscheinlich einer, Ungarn sind solche Länder, wo man noch vor einigen Jahren dachte, naja, das läuft ja ganz gut und stellt aber fest, nee, läuft überhaupt nicht gut. Und wir haben jetzt China, wo sich der oberste Führer quasi für immer zum Chef hat machen lassen und nie mehr quasi die Spitze räumen muss. Und das sind alles so Sachen, die schon dazu beitragen, das, was eben hier dann auch manifest gemessen werden kann, dass die Demokratie weltweit auf dem Rückzug ist. Und das seit zwölf Jahren in Folge. Ja, also ich finde, man sollte der Fan ist aber schon dazusagen, dass Freedom House zu 86 Prozent durch Gelder direkt oder mittelbar der US-Regierung finanziert wird. Das muss man natürlich schon immer journalistischer Präzision folgend dazusagen. Also es ist schon eine Organisation, die ganz maßgeblich von der US-Regierung mitfinanziert wird und auch von amerikanischen Organisationen wie zum Beispiel den Open Society Foundations von George Soros. Also es ist schon ganz bestimmte Sicht auf die Welt, die da zum Tragen kommt. Und wenn man sich die Karte anschaut von Freedom House, es gibt so eine Weltkarte, die die jährlich herausgeben, wo die Länder der Welt in frei, teilweise frei und nicht frei klassifiziert werden. Und da muss man sagen, sind es eben schon die westlichen Länder, die typischerweise als frei dargestellt werden. Und zum Beispiel eben Russland und viele afrikanische Staaten und China als nicht frei. Das heißt, es ist schon so eine ganz bestimmte Sicht auf den, oder sagen wir mal, es ist ein ganz bestimmter Freiheitsbegriff. Und zum Beispiel könnte man ja auch über soziale Freiheiten mal nachdenken. Oder zum Beispiel ökonomische Sicherheit oder sowas. Ich kann es in letzter Konsequenz nicht einschätzen. Aber das muss man schon dazusagen. Das ist ein richtiger Einwand. Ich finde nur, dass halt das, was sie als Freiheit messen, relativ detailliert und gut nachvollziehbar ist. Und sie sagen halt auch in ihrer Zusammenfassung, also das ist jetzt nicht so, dass sie die USA in Schutz nehmen. The United States retreat from its traditional role as both a champion and an exemplar of democracy amid an accelerating decline in American political rights and civil liberties. Ist sozusagen eines von vier Hauptergebnissen, die sie da präsentieren. Also auch in den USA gehen die politischen und bürgerlichen Rechte zurück. So, also das ist der richtige Einwand, aber es ist jetzt keine plumpe Propaganda-Organisation. Ich glaube, das kann man auch festhalten. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wir packen das in die Show-Notes, sich diesen Bericht mal anzugucken. Dann kann man die Kriterien auch nachvollziehen. Und genau, das bringt uns aber wieder zurück nach Russland, zu den Wahlen. Überraschung, Überraschung. Heute wurde gewählt und Überraschung, Überraschung. Wer hat gewonnen? Putin vielleicht, möglicherweise? Möglicherweise, genau. Jetzt haben wir, glaube ich, 50 Prozent ungefähr ausgezählt. Aber sein Vorsprung ist dann doch erheblich. Liegt bei 75 Prozent von 50 Prozent ausgezählten Stimmen, bei 60 Prozent Wahlbeteiligung. Also da wird, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel anbrennen. Ja, was soll man dazu sagen, Ulf? Ja, man muss dazu sagen, denke ich, dass es Wahlen sind, die natürlich in einem ganz bestimmten politischen Klima stattgefunden haben. Also es gibt Berichte von etwa 800 Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen. Wobei noch nicht mal in allen Wahllokalen überhaupt Wahlprüfer oder in allen Wahllokalen, wo sie zahlnehmen wollten, Wahlprüfer oder Wahlbeobachter zugelassen waren. Das heißt, es gab also schon Unregelmäßigkeiten beim Wahlakt als solchen. Aber viel gravierender, denke ich, ist die doch starke Parteilichkeit bei den russischen Medien. Sehr viele sind mehr oder weniger deutlich beeinflusst durch die Staatspartei Putins. Und außerdem gab es halt auch einfach keine wirklich attraktiven Gegenkandidaten. Putin hat zum Beispiel seine Kandidatur erst sehr spät erklärt. In der Zwischenzeit hat es sieben Gegenkandidaten gegeben. Aber diese sieben haben sich im Wahlkampf größtenteils auch selber zerfleischt. So haben zum Beispiel einige Fernsehdiskussionen stattgefunden, die teilweise so eskaliert sind, dass ein Kandidat eine Kandidatin als Schlampe bezeichnet hat und die sich dafür revanchierte, indem sie ihm ihr Wasserglas ins Gesicht schüttete. Also solche Kindergartenszenen haben sich da vor laufenden Fernsehkameras abgespielt. Das heißt also, die Gegenkandidaten haben sich größtenteils selbst dekonstruiert, hatten in den Medien ganz schlechtes Standing, haben also kaum wirklich Platz gefunden in den russischen Medien. Und dann muss man natürlich sehen, wir haben das oben im Grunde schon angedeutet, dann gibt es aber natürlich auch in Russland einfach eine sehr starke Zustimmung zu Putin. Er wird häufig wahrgenommen als der Präsident, der das Land zu neuer Größe und neuer Stärke geführt hat, der insbesondere außenpolitisch wieder auf ein starkes Russland gesetzt hat. Und da gibt es einfach viele Menschen auch in Russland, die das sehr attraktiv finden. Insofern würde es glaube ich zu kurz greifen zu sagen, die Wahlen waren manipuliert. Oder Philipp, wie hattest du das? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie manipuliert wurden, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie jetzt, also wenn man das mal sieht, dass die Gegenkandidaten jetzt der Größte bei 13 Quietschprozent liegt. Also das funktioniert nicht so platt, glaube ich, dass sie da ausgefüllte Stimmzettel mit in die Ohren schütten. Das passiert sicherlich auch. Auch davon sind ja Videos aufgetaucht, wie Bündel in Wahluhren geschoben wurden. Aber da gibt es viel subtilere Effekte, die da eine Rolle spielen. Also das eine ist die Kontrolle über die Medien. In großen Teilen Russlands, in Moskau ist das eine, aber in großen Teilen Russlands gibt es halt nur Staatsfernsehen. Und die anderen privaten Fernsehsender sind großen Teils auch von mindestens Putin-Freunden kontrolliert. Also da ist die Berichterstattung schon ziemlich klar und dadurch wird natürlich wahnsinnig viel vorentschieden. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, auch gibt es eine große Mehrheit oder einen großen Teil der Bevölkerung, die Putin tatsächlich unterstützen. Insofern muss man sagen, es ist die Überraschung vielleicht, dass es in Anführungsstrichen nur 75 Prozent für Putin war, angesichts des innenpolitischen Klimas und der doch sehr deutlich, ich will nicht sagen kontrollierten, aber doch gesteuerten und beeinflussten Medienlandschaft. Interessant. Aber auch in den Vereinigten Staaten läuft nicht alles zum Besten. Nach wie vor ist Donald Trump am Ruder und hat in dieser Woche wieder durchregiert. Mit dem eisernen Besen, ja. Mit der eisernen Twitter-App, hätte ich fast gesagt, hat er durchgefegt. Philipp, was ist diesmal passiert? Ja, er hat Rex Tillerson per Twitter vor die Tür gesetzt. Also Rex Tillerson, der Außenminister, war wohl in Afrika und dann hat er einen Anruf bekommen vom Staatschef von Donald Trump, so nach dem Motto, du komm mal ganz schnell zurück in den USA und warte mal auf einen Tweet. Schau mal, schau mal bei Twitter. Und irgendwann haben sie ihm dann ein, zwei Tage später wohl seine Helfer ihm einen Tweet ausgedruckt, auf dem halt sinngemäß stand. Und ja, wir haben jetzt einen neuen Außenminister. Das ist übrigens der ehemalige CIA-Chef. Und vielen Dank übrigens Rex für deine Arbeit. Have a nice day. Ach, übrigens, Sie sind raus. Ja, genau. Sie sind raus, Herr Tillerson. Und so, jetzt übernimmt Mike Pompeo, ehemaliger CIA-Chef für das Außenministerium. Und seine Stellvertreterin übernimmt den Posten der CIA-Chefin. Und ja, gut, das deutet alles darauf hin, dass er sich halt mit Leuten umgibt, die ihm weniger widersprechen. Mike Pompeo ist, glaube ich, auch eher Falke. Und Tillerson war natürlich auch verhasst bei vielen Liberalen. Aber dann doch eher noch ein bisschen moderater unterwegs und eher noch ein Diplomat, der reden wollte. Bei Mike Pompeo, glaube ich, kann man da nicht in jedem Fall von ausgehen. Und auch die neue CIA-Chefin, da gibt es Videos, wie sie bei Waterboarding in Thailand, glaube ich, war es, dabei war, wo Gefangene wirklich gefoltert wurden. Und na ja, nun ist sie halt CIA-Chefin. Und gleichzeitig aber sind noch viele andere Leute aus dem Weißen Haus rausgeflogen. Gary Cohn, der Wirtschaftsberater von Trump, der war schon ein paar R Tage eher raus. Dann persönlicher Aszent von Trump, John McEntee, der ist auch weg. McMaster soll jetzt auch gehen, also sein Stabschef. Und ja, da scheint sich der Trend, also der Trend scheint zu sein, dass Trump sich mit Leuten umgibt, die ihm weniger widersprechen. So, glaube ich, so kann man das zusammenfassen. Wobei er doch bislang schon sehr häufig hier lichterte. Man kann ja wirklich jetzt nicht ihm den Vorwurf machen, dass er bisher zauderhaft und allzu diplomatisch und allzu vorsichtig agiert hätte, oder Philipp? Wer meinst du jetzt? Trump selber? Trump. Das heißt also, wo soll der das noch hinführen, wenn er jetzt die letzten verbliebenen, die sind ja auch schon weitgehend Ja-Sager, oder? Ich meine, so furchtbar viele eigene Akzente. Gut, Tillerson schon. Doch, Tillerson hat schon ein eigener Zentrum. McMaster, glaube ich, der hat auch ein paar Leute ordentlich auf den Topf gesetzt und hat ihm jetzt auch nicht immer so beigepflichtet. Also Tillerson war schon auch jemand, der in so einem Iran-Deal eine andere Meinung hatte als Trump, der zu Korea eine andere Meinung hat, zu Nordkorea, dass man dann auch eher ein paar sanftere Töne auch anschlagen könnte. Also da gab es schon auch ganz offensichtlich große Unterschiede. Ja, aber das gefällt ihm Donald halt nicht. Es müssen einfach Ja-Sager her. Es müssen Ja-Sager her. Also das ist so momentan da der Trend. Und das andere, was man noch da vermelden kann, das war auch ganz interessant, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass jetzt eben doch auch das Weiße Haus Sanktionen gegen Russland verhängt hat, wegen des Vorwurfs der Wahlmanipulation. Gleichzeitig fordert Trump aber auch über seinen Anwalt, dass Müller, der Sonderermittler in Sachen Wahlmanipulation, doch jetzt mal seine Arbeit einstellen soll. Einstellen? Ja, weil er hat ja keinen Sinn mehr und ist doch jetzt alles geklärt. Aber das wird natürlich nicht passieren. Der wird weiter ermitteln und wir sind mal gespannt, was dabei rauskommt. In diesem Frage haben wir noch jetzt, glaube ich, heute und gestern groß rumgereicht Bericht über Cambridge Analytica, den wir an dieser Stelle auch nicht verschweigen sollten. Auf gar keinen Fall. Dann müssen wir zunächst mal anknüpfen an das, was wir schon mal berichtet haben, Philipp. Genau, also Cambridge Analytica ist so eine Firma, die, sagen wir mal, im Kern sich präsentiert zumindest als so eine Datenanalysefirma, die sehr avancierte Datensätze hat und dadurch gezielte Werbung oder eben auch politische Werbung, politische Messages an die Leute bringen kann. Das war immer so der Claim. Und die wurde im Wesentlichen auch aus der Taufe gehoben und geführt von Steve Bannon zusammen mit Alexander Nix, so einem sehr ehrgeizigen Unternehmer, der bei Cambridge Analytica eben auch an der Spitze steht. Aber Steve Bannon hat da in dieser Gründungsphase sehr zentral mitgeholfen. Und die haben also gearbeitet für die Brexit-Kampagne und sie haben gearbeitet für die Trump-Kampagne. Und die Frage war immer so ein bisschen, ja, sie haben gearbeitet, das war unbestritten, aber die Frage, wie haben sie es genau gemacht und mit welchen Maßnahmen und mit welchem Erfolg haben sie es eigentlich gemacht. Und da kam jetzt dieser Tage was ganz Interessantes raus. The Guardian und der Observer, die haben also einen Whistleblower an Land gezogen, gefilmt und interviewt. Steht auch auf der Seite, die wir verlinken. Und dabei sind jetzt zwei Sachen rausgekommen, die so noch nicht bekannt waren. Das eine war, dass Cambridge Analytica sehr, 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 sehr viele Daten aus Facebook rausgezogen hat. Und zwar nicht, wie es die New York Times und einige andere sagen, in Form eines Data Breach, also eines Legs oder was so ein bisschen nach klingt, als hätten die sich da reingehackt, sondern über einen Mechanismus, den Facebook selbst durchaus technisch zur Verfügung gestellt hat. Und zwar ist das so gelaufen, Cambridge Analytica hat ein paar Zehntausend, vielleicht Hunderttausend Leute bezahlen lassen über so einen Forscher in Cambridge, der eine Facebook-App entwickelt hat. Und das ist mal Digital Life, hieß die, glaube ich. Und es wurden Leute bezahlt, um diese Facebook-App sich zu installieren und dann ein paar Fragen zu beantworten. So far, so gut. Aber der technische Effekt war, dass diese App nicht nur Daten von denjenigen Menschen, die sich die offiziell und wissentlich installiert haben, an Cambridge Analytica gemeldet haben, sondern diese App hat auch Daten, Facebook-Daten, Facebook-Profile von den ganzen Freunden dieser Leute an Cambridge Analytica geliefert. Und zwar ohne, dass diese Freunde dem zugestimmt haben und ohne, dass die Freunde das gemerkt haben. Und wenn man sich vorstellt, Hunderttausend Leute haben diese App installiert, dann kann man sich schnell zusammenreimen, wenn von all diesen Leuten die Freunde ausgeschnorchelt wurden, und zwar nicht nur mit deren öffentlichen Bild, sondern zum Teil auch mit privaten Text-Messages, mit Likes, mit Links, mit Posts, dann kommen da einige Millionen zusammen, um genau zu sein, sagt Guardian, 50 Millionen Facebook-Profile sind bei Cambridge Analytica gelandet, ohne dass die Leute das gemerkt haben. Ja, das wundert mich nicht, wenn man sich überlegt, dass das ja bedeutet, dass die Leute im Schnitt 500 Freunde haben müssen. Das ist auf Facebook jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Okay, man müsste noch die abziehen, wo sich die Freunde überschneiden, die Freundeslisten, aber dann haben vielleicht andere dafür dann 1000 Freunde. Also das scheint mir absolut realistisch zu sein. Und diese 50 Millionen Facebook-Profile sind natürlich einfach eine wahnsinnig gute Datengrundlage, um die Algorithmen von Cambridge Analytica zu trainieren. Denn wie die arbeiten, ist ja schon vor mehreren Monaten rausgekommen, das hatten wir damals auch berichtet. Die haben halt einfach auf der Grundlage der Facebook-Profile auf der einen Seite und der Interviews dieser 100.000 Leute auf der anderen Seite einfach quasi korreliert, welche Persönlichkeitsmerkmale mit welchem Verhalten auf Facebook korrespondieren. Und diese Daten dann wiederum genutzt, um auf Facebook ganz gezielt Menschen solche Nachrichten anzuzeigen, auf die sie besonders emotional reagieren würden. Also einfach eine ganz bestimmte Form von, ich sage jetzt mal etwas platt nach dem Munde reden 2.0. Genau, also dieser Whistleblower, der beschreibt das irgendwie ganz anschaulich. Der sagt halt, wir haben diese Daten gesammelt, wir haben psychologische Profile dieser Leute erstellen können. Und wir haben feststellen können, auf welche Messages, auf welche Nachrichten, für welche Nachrichten jeder einzelne oder ganz kleine Gruppen besonders empfänglich sind. Sie haben halt anhand dieser Facebook-Profile sagen können, okay, dieser Mensch ist wahrscheinlich schwul. Das kann man, das ist wissenschaftlich untersucht. Das kann man halt aufgrund bestimmter Datenmengen, kann man das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen, dass jemand schwul ist oder eben gerne XY-Musik hört oder eher in diese Richtung tendiert, oder in diese Richtung liberal. Ja, aber warte mal, Philipp. Der Punkt ist eben nicht nur aufgrund der Facebook-Profile. Der eigentliche Gag dabei ist, dass man von diesen 100.000 Leuten, die quasi diese App benutzt haben, eben nicht nur die Facebook-Daten hatte, sondern die hat man ja noch durch ein strukturiertes Interview geführt. Das heißt, von denen hatte man dann mit psychologischen Methoden erhobene Persönlichkeitsmerkmale und zugleich natürlich deren Facebook-Profile. Das heißt, bei diesen 100.000 Leuten konnte man unmittelbar so eine Art Match herstellen zwischen wissenschaftlich fundierten, psychologischen Aussagen auf der einen Seite und dem Facebook-Profil auf der anderen Seite. Das ist quasi so ein besonders hochwertiger Datensatz, weil man dazu den Facebook-Profilen noch quasi psychologische Analysen hat. Und dann hat man weiter darüber hinaus eben 50 Millionen Facebook-Profile. Da fehlen dann zwar diese Interviews natürlich, weil diese Leute ja eben die App nicht selber genutzt haben, deswegen auch kein Interview abgegeben haben. Aber natürlich kann man mit diesen Daten trotzdem seine Algorithmen füttern und versuchen, daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen. Genau, und der Whistleblower schildert dann eben auch, dass sie wirklich spezielle Inhalte im Web, im Internet gebaut haben, Webseiten richtig in die Welt gesetzt haben, online gestellt haben mit bestimmten Nachrichten, die sie dann ganz bestimmten Zielgruppen anzeigen konnten, vorspielen konnten, weil sie wussten, diese kleine Zielgruppe ist genau für diese Nachricht empfänglich. Und das führt halt dahin, dass du keine richtige, sagen wir mal, nachprüfbare Öffentlichkeit mehr hast. Du kannst nicht mehr nachprüfen. Was sagt denn der Kandidat eigentlich jetzt? Er stellt sich nicht mehr auf den Marktplatz und du kannst nicht mehr sagen, okay, das ist seine Message, das ist seine Aussage, das ist sein Plan, sondern du musst einfach davon ausgehen, dass der Kandidat X dieser kleinen Zielgruppe A sagt und der kleinen Zielgruppe B sagt er halt genau das Gegenteil. Kann man aber kaum überprüfen. Ja, und das ist nämlich wirklich eine sehr interessante Zusatzinformation, denn ich weiß noch genau, dass wir uns im amerikanischen Wahlkampf immer sehr darüber gewundert haben, dass Donald Trump auf den ersten Blick viele Aussagen getroffen hat, die überhaupt nicht miteinander vereinbar waren. Und da haben wir uns dann so ein bisschen gewundert, wieso ist denn das eigentlich so überzeugend? Also ich hatte mir das damals dann damit erklärt, dass es ja so einen psychologischen Effekt gibt namens Confirmation Bias. Also Menschen finden einfach Aussagen besonders attraktiv und nehmen sie deswegen besonders stark wahr, wenn sie dem entsprechen, was sie selber sagen. Das heißt, selbst wenn man einen neutralen Überblick bekäme über alle Aussagen von Donald Trump, selbst dann würde man sich im Zweifel das rauspicken, was man super findet. Aber wenn man natürlich jetzt diese Analysen hier dazu nimmt, die es eben ermöglichen, jedem genau das anzuzeigen, was er hören will von Donald Trump, dann versteht man diese auf den ersten Blick widersprüchlichen Aussagen besonders gut, weil einfach dieselben Facebook-User eben natürlich nicht den ganzen Überblick bekommen haben, sondern die haben sehr wahrscheinlich quasi einen Donald Trump erlebt in ihrer Facebook-Timeline, der ihren Vorstellungen besonders gut entspricht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da wird es natürlich richtig gruselig. Denn eigentlich ist ja die Idee vom demokratischen Diskurs, dass man ein möglichst vollständiges Bild der vertretenen Meinung bekommt und sich dann daran eine eigene Meinung bilden kann. Und wenn einem jetzt Algorithmen gesteuert, gezielt nach dem Munde geredet wird, dann entsteht ja im Grunde so eine Art kuratierte Filterblase, oder wo man dann eben ganz gezielt manipuliert wird, indem einem bestimmte Nachrichten untergeschoben werden und man kein vollständiges Bild der Realität merkt. Ja, und vor allen Dingen kann das keiner kontrollieren. Weißt du, wenn du die Nachricht, was weiß ich, keine Ahnung, wenn die CDU dir die Nachricht vorspielt, alle Ausländer raus und mir die Nachricht vorspielt, na, wir machen jetzt ein neues Einbahnholungsgesetz und everybody's welcome, dann ist das schwer zu kontrollieren, wenn wir uns nicht kennen und darüber reden und uns das gegenseitig zeigen. Aber, und das ist noch der zweite Punkt, der noch dazu kommt, das macht das Ganze aus Facebooks Seite, finde ich, ein bisschen erschreckend. Sie verteidigen sich zwar damit, dass es kein Data Breach, also kein Lack in dem Sinne war. Kein Hack. Kein Hack, genau. Aber das macht die Sache, finde ich in meinen Augen, nicht wahnsinnig viel besser. Denn was die dort ausgenutzt haben, war ein ganz offizieller technischer Weg, um an diese Daten zu kommen. Das war alles dokumentiert und das konnte man auch alles so machen, diese Facebook-Profile und auch diese privaten Nachrichten etc. tatsächlich abziehen. Es war nur vorgegeben, sagen wir mal, dass es nur, dass dieser Weg nur für ganz bestimmte Zwecke erlaubt beziehungsweise für ganz viele Zwecke eben nicht erlaubt ist. Also man durfte sie wohl nur abziehen, um die User Experience, also die Nutzererfahrung bestimmter Sachen zu verbessern. Man durfte diese Daten nicht abziehen, um sie zu verkaufen oder Werbung damit zu machen. Genau das ist passiert. Sicherlich, das kann man dann kritisieren. Aber ich würde doch sagen, das dürfte technisch schon gar nicht möglich sein. Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch ganz überrascht gewesen. Ich habe vor einiger Zeit selber mal eine App geschrieben für die Facebook-API. Also es ist nicht veröffentlicht worden, war so ein Prototyp für Freunde von mir. Und da hatte ich ständig damit zu tun, dass diese Facebook-API eben alle möglichen Daten zwar theoretisch gibt, aber nur, wenn man sich vorher dieses bestimmte Recht freischalten lässt. Also beispielsweise auf die Nachrichten, die vom Facebook Messenger kriegt man so gut wie gar keinen Zugriff. Da muss man dann sich bestimmte Privilegien geben lassen. Und da gab es also ein ganz fein abgestuftes System von Zugriffsrechten auf diese Facebook-Benutzer oder Facebook-Programmierschnittstelle. Und insofern bin ich ganz überrascht, dass es da so ohne weiteres möglich gewesen sein soll, beispielsweise die Likes von Freunden, von denjenigen Usern abzugreifen, die sich überhaupt nur eingeloggt haben. Also da bin ich schon so ein bisschen überrascht. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, Philipp, hast du das im Artikel entnehmen können, wann das passiert ist? Es könnte natürlich auch sein, also ich habe das, bei mir war das 2015, im Frühjahr 2015, dass ich da mit dieser API mal so ein paar Wochen gearbeitet habe. es könnte natürlich einfach sein, dass das schon eine Reaktion war auf diesen Skandal, oder? Weißt du, wann das passiert ist? Ja, das war auf jeden Fall in der Zeit. Ich glaube, ich kann es nicht genau sagen, aber ich meine, ich habe 2015 auch gelesen, dass ich glaube, Facebook 2015 davon erfahren habe. Ja. Aber weder, also dann, also technisch weiß ich jetzt nicht, aber zumindest die Leute nicht informiert hat. Das war so der Kritik in dem Guardian Artikel. Wir haben rausgefunden, dass eure Daten quasi abgesaugt wurden, aber wir behalten das mal vor uns. Was sie dann technisch geändert haben, das weiß ich nicht. Okay, also ich kann das auch überhaupt nicht sagen, dass ich, ob da quasi auf der Zeitachse sich was geändert hat an der API und wenn ja, ob das was zu tun hat mit diesem Vorgang, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also das will ich auch nicht in den Raum stellen. Ich hatte nur den Eindruck, dass diese API deutlich restriktiver war, aber ich habe übrigens auch mit der iOS-AP gearbeitet. Also quasi, wenn man eine App schreibt fürs iPhone, gibt es eine bestimmte Schnittstelle. Vielleicht kann die auch weniger. Also insofern, nur ich hatte den Eindruck, dass diese API wesentlich restriktiver ist als das, was hier nach diesem Artikel jetzt möglich gewesen sein soll. Und ein zweiter Punkt, der irgendwie noch so als neu und aufregenswürdig verkauft wird, ist, dass Cambridge Analytica doch Kontakt zu Russen hatte. Alexander Nix, der Chef, von Cambridge Analytica, der hatte vor britischen Parlamentsausschüssen mehrmals gesagt, nein, wir hatten keinen Kontakt zu Russen. Jetzt stellt sich wohl raus, doch, es gab Kontakt zu Vertretern von Luke Oil, also einem großen Ölunternehmen. Was der Inhalt dieser Kontakte war, das war so ein bisschen widersprüchlich in den einzelnen Berichten. Mal war es ein Fußballteam, mal war es irgendwie Werbung, Sponsoring, keine Ahnung. Eigentlich, also kohärent waren die Berichte insofern, als dass wohl kein Vertrag zustande gekommen ist zwischen Cambridge Analytica und Luke Oil. Aber Kontakt hat es offensichtlich gegeben, obwohl der Chef das mehrmals abgestritten hat. Das ist natürlich in den USA gerade ein Riesenthema. Aber wie gesagt, also ja, ob da jetzt was rübergeflossen ist, ob die Russen da Einfluss genommen haben auf Cambridge Analytica, ob das aufs Betreiben von Steve Bannon war, wissen wir alles nicht. Spekulation. Also muss man wieder sagen, ist ein klarer Fall, wo man nicht eindeutig sagen kann, okay, die Russen haben über Cambridge Analytica den US-Wahlkampf manipuliert. Aber ich finde, das ist schon so eine Situation, wo einfach wahnsinnig viele Indizien immer irgendwie nach Russland weisen. Man kann natürlich auch sagen, ja, das wäre jetzt wahrscheinlich die Verteidigungslinie von Donald Trump. Ja, das liegt einfach daran, weil die ganzen linken und liberalen Medien in den USA ständig irgendwie Staub aufwirbeln und solche Geschichten bringen, obwohl sie gar keine Beweise dafür haben. Aber bei mir entsteht eben schon der Eindruck, dass, wie heißt das immer so schön, wo Rauch ist, muss irgendwo auch ein Feuer sein. Also ich weiß nicht, ob man so viele, so viele Geschichten einfach nur erfinden kann. Ich weiß nicht, was denkst du? Ja, das sind natürlich immer so diese, ich meine, so entstehen auch Verschwörungstheorien. Also, kann das denn sein? Guck dir das doch mal an und das passt doch dahin. Und jetzt werden wir uns, wie würden wir denn sowas machen? Ja, also versetzen wir uns doch mal rein. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit so verschiedenen Methoden so viel Verunsicherung zu streuen. Und so viel Dissens zu installieren und so viel Verunsicherung. Wer war es? Waren es die Russen? Waren es nicht die Russen? Nein, vielleicht doch, möglicherweise. Also, klar, sicherlich. Also, ich finde, man kann auf jeden Fall eine Perspektive und eine Erzählung einnehmen, wo das alles total Sinn macht. Wo die Russen da sitzen und mit all ihrem technischen und wissenschaftlichen Know-how versuchen, in der westlichen Welt für Unruhe zu sorgen. so, das glaube ich sofort. Das ist total plausibel. Das machen die seit Jahrzehnten. Das können die. Das macht aus ihrem ganzen Ökosystem total Sinn. Trotzdem finde ich, sollte man das nicht als gegeben hinnehmen. so, ja, aber das macht diese Ambivalenz, diese Situation so schwierig, weil es natürlich, weil es natürlich, sagen wir mal, einerseits Ziel einer solchen Politik wäre, genau diese Ungewissheit am Leben zu erhalten. Gleichzeitig dürfen wir uns von dieser Ungewissheit nicht dazu verleiten lassen, sagen wir mal, ohne Beweise irgendjemanden zu beschuldigen. Nee, man muss halt einfach auf die schwierige Beweislage hinweisen. Auf der anderen Seite, genau, und wir sind ja auch Gott sei Dank nicht in der Situation, jetzt quasi entscheiden zu müssen, schuldig oder nicht schuldig. Also das ist ja das Schöne in einem journalistischen Format, wie hier kann man eben sehr deutlich sagen, es weist einiges darauf hin, aber es spricht auch einiges dagegen und dann kann sich ja jede Hörerin oder jeder Hörer auch ein ganz eigenes. Aber meine Meinung ist, meine Meinung, ich halte es für sehr wahrscheinlich. Weil es so schön zusammenpasst. Ja, weil, weil ich meine, weißt du, ihr Ganze, ihre Ganze, ihre Ganze ja oft auch schon belegt und nachweisbar vollzogene Politik, nämlich, sagen wir mal, ein Keil zwischen die westlichen Staaten zu treiben, für Verunsicherung zu sorgen, etc. Was eignet sich dafür besser als Hacks? Weißt du, als so Hacks und Informationen. Ja, oder die Wahl von Donald Trump. Oder die Wahl von Donald Trump und so. Das ist so eine enorme Schwächung der in Anführungsstrichen westlichen Welt. Also ich meine, die NATO stand glaube ich noch nie so fragil da in den inzwischen ja auch schon fast 70 Jahren ihres Bestehens. Ja, genau, Ende der 40er gegründet. Stand glaube ich wirklich noch nie so schwach da, wie seit der Wahl von Donald Trump. Und auch die Vereinigten Staaten waren innerlich wahrscheinlich noch nie so zerrissen wie nach dem Trump-Wahlkampf. Insofern, wenn das Kalkül war, die westliche Welt im Allgemeinen und die Vereinigten Staaten im Besonderen zu schwächen, dann hat das schon ganz wunderbar funktioniert. Ich wollte nur noch auf einen Gedanken hinweisen in dem Kontext, weil dann immer so schön heißt, weil es immer so schön heißt, Russland. Man muss natürlich sehen, da muss man zumindest differenzieren, denke ich, zwischen den Interessen der aktuellen russischen Regierung, also Stichwort Putin auf der einen Seite und was ja auch denkbar ist, russischen Industrieinteressen. Es muss ja nicht immer alles staatlich gesteuert sein. Es gibt ja auch die Szene der berühmten russischen Oligarchen, also wohlhabende Industrielenker zum Beispiel, die möglicherweise auch eine ganz eigene Agenda haben können. Und gerade wenn man jetzt an den Mord in Großbritannien denkt, das muss ja nicht zwingend Putin gewesen sein. Möglicherweise ist er auch einfach irgendwelchen problematischen russischen Milliardären in die Quere gekommen. Und Stichwort Wahlkampf. Also wenn in diesem ganzen Ökosystem irgendwas relativ gut dokumentiert ist, dann ist es die Einmischung der Russen in den Wahlkampf. Also da würde ich mittlerweile sagen, dass es an so vielen Ecken und Enden, sei es jetzt über die Facebook-Posts, sei es über diverse Firmen, die identifiziert sind aus Petersburg, die da massenweise Posts geschaltet haben, Werbung geschaltet haben. Also das ist mittlerweile, würde ich sagen, in meiner Ansicht nach, würde ich das als erwiesen betrachten. Ob das Ziel jetzt war, Trump an die Macht zu bringen oder nur zwietracht zu sehen, okay, da ist sicherlich noch ein bisschen Spielraum. Aber dass auch der russische Staat da mitgewirkt hat und sich sehr, sehr intensiv, massiv da eingemischt hat und auch wirksam eingemischt hat, das ist für mich belegt. Wir blicken zurück noch einmal nach Deutschland. Wir kehren zurück nämlich zur Großen Koalition. In der vergangenen Woche ist Angela Merkel zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden, nachdem ja die GroKo nach der Abstimmung in der SPD vor einigen Wochen zustande gekommen ist. Wir haben schon mehrfach über das Wahlrecht des Grundgesetzes zur Wahl der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers gesprochen. Im ersten Wahlgang ist eine absolute Mehrheit erforderlich und diese absolute Mehrheit hat Angela Merkel auch bekommen mit 364 Stimmen. 364 Abgeordnete haben also in diesem ersten Wahlgang für Angela Merkel gestimmt. Das reicht. Allerdings haben die beiden Fraktionen der Großen Koalition, also CDU, CSU und SPD eigentlich 399 Mitglieder. Mit anderen Worten fehlten mindestens 35 GroKo-Abgeordnete. Ich sage mindestens, weil es ja auch denkbar gewesen wäre, dass zum Beispiel fünf Abgeordnete aus einer Oppositionsfraktion für Merkel gestimmt haben. Dann würden 40 Stimmen der eigenen Leute gefehlt haben, was ein relativ schlechtes Ergebnis ist und was denke ich zeigt, dass doch der ein oder andere in diesen GroKo-Fraktionen diese neue Koalition nur einigermaßen zähneknirschend mitgetragen hat. Was jetzt aber auch nicht furchtbar nicht ungewöhnlich ist. Es hat es auch vorher schon gegeben, dass da Stimmen gefehlt haben und so. Also da wurde viel darüber diskutiert. Ich kann das jetzt nicht als großes Makel dieser Regierung sehen, oder? Was heißt ein Makel? Unmut, es zeigt Unmut. Es zeigt sehr deutlich Unmut. Es zeigt aber natürlich schon auch, dass es im Ergebnis dann immer reicht. Und ich würde jetzt auf gar keinen Fall so weit gehen zu sagen, diese Koalition ist wackelig oder sie müssen sich jetzt ernsthaft Sorgen machen, dass sie Gesetzesvorhaben nicht umsetzen können. Das ist extrem unwahrscheinlich. Also zum einen wird ja im Bundestag in aller Regel gar nicht in der Weise abgestimmt, dass tatsächlich die Stimmen gezählt werden, sondern es wird quasi nach Fraktionen abgestimmt. Und da ist dann eben, da ist ja klar, die Fraktionen haben eine Mehrheit. Insofern werden die in aller Regel ihre Gesetzesvorhaben durchbekommen. Das ist ja die ganz große Ausnahme, dass im Bundestag tatsächlich mal zum Beispiel bei einer namentlichen Abstimmung dann genau durchgezählt wird. Insofern, das Regieren wird schon so komfortabel werden, denke ich, zunächst mal wie in den vergangenen Grokus. Jetzt ist ja immer ein Neuanfang gefordert worden. Es wird ja immer gesagt, wenn man darf, das fand ich übrigens bemerkenswert, Steinmeier auch gesagt, Bundespräsident, ja, in einer bemerkenswerten Rede, finde ich, was so oft, glaube ich, in der Form noch nicht passiert ist, dass der Bundespräsident da aus Anlass der Wahl des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, so deutlich inhaltlich auch Stellung bezogen hat, so nach dem Motto, es darf nicht einfach so weitergehen. Ja, die Regierung muss jetzt hier neue Antworten auf alte Fragen geben. Das fand ich schon ganz interessant und die Frage ist jetzt ja, ist das jetzt alles neu? Also wir haben eine Menge neuer Gesichter. Nur Merkel und von der Leyen sind noch quasi in alter Position da. Alle anderen sind ganz neu oder zumindest neu in einem neuen Amt. Und heißt das jetzt, dass alles neu wird? Ich denke, das kann man bislang jedenfalls nicht sagen. Angela Merkel hat, das haben wir ja, glaube ich, schon bei der Besprechung der Koalitionsliste ausgeführt, versucht, die jüngere Generation der CDU, auch gerade die, sagen wir mal, Merkel-Kritiker in der Partei einzubinden. Aber jedenfalls, was die politische Agenda angeht, kann ich noch keinen Neuaufbruch erkennen. Da muss man einfach abwarten, inwieweit jetzt tatsächlich der Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Das ist ja ein extrem umfangreiches Werk, fast 200 Seiten. Aber das bedeutet natürlich zugleich, dass man auch irgendwo Prioritäten setzen muss. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden zeigen, auf welchen Feldern denn die einzelnen Ministerien zum Beispiel versuchen werden, Akzente in der Gesetzgebung zu setzen, indem sie halt bestimmte Gesetzesvorschläge aus dem bunten Strauß, sagen wir mal, der Vereinbarung des Koalitionsvertrages tatsächlich herausgreifen und dann auch ins Kabinett und in den Bundestag einbringen. Also das ist eigentlich meine Hoffnung, dass vor allen Dingen Merkel schon gemerkt hat, sie muss jetzt ein bisschen was liefern. Und ich glaube, so ewig lange ist das jetzt ja alles nicht mehr. Wenn wir jetzt ein halbes Jahr mit dieser Regierungsbildungsverbrauch, dann irgendwie mindestens ein halbes Jahr vor der nächsten Wahl gibt es dann wieder Wahlkampf. Also wir haben vielleicht knapp drei Jahre Zeit jetzt noch, eher ein bisschen weniger. Nach der Hälfte, wann immer das genau sein soll, also nach insgesamt zwei Jahren oder jetzt noch anderthalb, ist eh im Koalitionsvertrag festgehalten, dass man nochmal schauen will, so eine Sollbruchstelle drin ist. Kassensturz. Kassensturz heißt das. Und ich glaube, meine Hoffnung ist, dass Merkel verstanden hat, dass sie zumindest den Eindruck nicht errecken darf, dass jetzt alles so in diesem etwas tranigen Trott so weitergeht wie bisher, sondern dass sie zumindest in diesem ersten Jahr schon ein paar richtig substanzielle Gesetze auf den Weg bringen wird. Das finde ich eine interessante These, Philipp, denn ich muss ganz ehrlich sagen, diese Hoffnung oder jedenfalls diese Erwartung kann ich auf gar keinen Fall teilen, denn der charakteristische Regierungsstil von Angela Merkel war ja gerade, dass sie lutscht am Finger und hält ihn in die Luft und schaut, woher weht der Wind. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen setzt sie tatsächlich mal eine Agenda, Stichwort Abschaffung der Wehrpflicht zum Beispiel, Stichwort Atomausstieg, und natürlich auch die Migrationssituation Ende 2015. Das waren Momente, wo Angela Merkel tatsächlich Führung bewiesen hat, aber das waren im Prinzip drei Momente in einer inzwischen ja auch schon zwölf Jahre währenden Kanzlerschaft. Ansonsten ist sie gerade nicht diejenige gewesen, die Akzente gesetzt hat, die Richtung vorgegeben hat, sondern sie hat die anderen im Wesentlichen machen lassen und hat sich dann, wenn sie das Gefühl hatte, es bildet sich hier ein Trend in eine bestimmte Richtung, hat sie sich gerne mal an die Spitze der Bewegung gesetzt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht hat sie es im stillen Kämmerlein verstanden, dass sie jetzt mal ein bisschen Akzente setzen müsste, aber ich sehe das noch lange nicht, dass sie das jetzt auch tatsächlich umsetzt in die Tagespolitik und es gibt ja von ihr noch nicht mal eine Ankündigung in die Richtung. Also quasi der erste Schritt wäre ja zu sagen, ja, jetzt aber wirklich mal müssen wir aufbrechen, dass sie, ich will wirklich überhaupt nicht und mal ganz ehrlich, sie weiß ja auch, das ist ihre letzte Kanzlerschaft. Ja, das ist ihre letzte Kanzlerschaft. Warum soll sie jetzt mit einem Mal noch völlig auftrug? Also vielleicht formuliere ich es anders, vielleicht ist meine Hoffnung eher, dass sich einer aus ihrer Ministerriege, Ministerinnenriege, sagen wir mal, aufrafft, was vorschlägt und antreibt und sie sich dem nicht in den Weg stellt. So, vielleicht formulieren wir es eher so, denn sie war jetzt auch in Paris, ja, könnte man jetzt ja auch sagen, Macron hat ewig gewartet, ja, dass er jetzt mal eine Antwort kriegt auf seine Reformvorschläge für Europa und Bottomline von Angela Merkel in Paris war, ja, das schauen wir uns mal an. So, Aufbruch klingt anders. Das stimmt. Aufbruch klingt in der Tat anders. Apropos klingt anders, gehen wir mal ein auf die Tonlage, die in den ersten Tagen rund um die Gründung der neuen Großen Koalition die Medien in Deutschland bestimmt hat und da kommt man nämlich nicht umhin zu sagen, Polemik und Populismus waren da die Vorzeichen, unter denen insbesondere Vertreter der beiden Unionsparteien sich in den Medien geäußert haben und man kann sich schon besorgt die Frage stellen, soll denn das tatsächlich das Muster für die nächsten Jahre sein? Der erste Kandidat, der hier zu nennen wäre, ist Jens Spahn, er ist 37 Jahre alt, Vertreter quasi der neuen Konservativen in der CDU, der hat ein Interview gegeben. Gesundheitsminister ist er jetzt, ne? Genau, ist Gesundheitsminister geworden, wie gesagt, von Angela Merkel wohlwahrscheinlich zum Minister gemacht worden, weil sie eben die jungen Konservativen einbinden will in ihrer Partei und man kann nicht umhin zu sagen, dass Jens Spahn diesem, wie soll ich sagen, diesem Profil oder diesen Vorschuss Lorbeeren in gewisser Hinsicht auch gleich gerecht geworden ist, indem er ein Interview gegeben hat, das am vergangenen Samstag erschienen ist und da finden sich eine Reihe bemerkenswerter O-Töne, ja, fast schon ein Echo auf die Lage, wobei ich nicht glaube, dass Jens Spahn das mit Bezug auf die Lage gesagt hat, aber es passt so schön. Er hat nämlich von sich gegeben, zum Beispiel, Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafel nicht gäbe und mit Hartz IV habe jeder das, was er zum Leben braucht und Hartz IV, so Jens Spahn, Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut und das sind vergleichsweise pointierte Thesen, gerade auch, wenn man sie kontrastiert mit dem, was wir in der vergangenen Woche ausführlich diskutiert haben zur Berechnung von Hartz IV und was wir auch schon angeführt haben zu den Situationen, wo Hartz IV möglicherweise mal nicht reicht, weil es eben bestimmte außergewöhnliche Situationen nicht erfasst, ja, die Waschmaschine geht kaputt oder das Kind sollte eigentlich auf Klassenfahrt fahren. Und dementsprechend pointiert waren auch die Reaktionen im politischen Berlin auf diese Thesen von Jens Spahn, Philipp. Ja, Grünchef Robert Habecks war auf ihm dann halt vor, sich überheblich geäußert zu haben. Ich glaube, der Posteljong hat irgendwie, hat was hat er geschrieben? Er hat so ein Foto von Spahn im Borchardt oder irgendwie so im Nobelrestaurant gezeigt und so nach dem Motto, ja, er hat bewiesen, man kann für unter 430 Euro essen. So funktioniert. Man kann es schaffen. Ja, genau. Kommt damit klar. Das ist großartig. Genau, also da war die Empörung natürlich groß. Auch in den sozialen Medien. Auch in den sozialen Medien, ja. Also, findest du es gerechtfertigt, die Aufregung? Ich meine, es ist halt letztlich, weißt du, es ist halt, es ist halt in Worten festgehalten, die Politik, die real praktiziert wird. Ja. So wie wir das beschrieben. Weißt du, wenn er was anderes gesagt hätte, dann müssten sie ihre Politik ändern. Aber die Politik ist so, wie sie ist. Sie hat die Bemessungsgrundlage von Hartz IV so, sagen wir mal, hingeschraubt und auch aufrechterhalten, wie wir es letztes Mal geschildert haben, weil es eben politisch nicht opportun ist, weil es zu teuer wäre, weil die Folgewirkungen zu umfangreich und teuer und kompliziert wären. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und das, was er da formuliert, ist letztlich die Politik, wie sie ist, in drei Sätze gegossen. Und da regen sich jetzt alle drüber auf, weil die Lage eben auch schwierig ist. Das ist unbefriedigend. Also man könnte natürlich auch sagen, dass es geradezu erfrischend ehrlich ist, wie Hans Spahn sich geäußert hat. Das könnte man, so könnte man es auch formulieren. Ja, ich bin gar nicht sicher, ob das Geld nicht da wäre, Philipp. Das haben wir in den Kommentaren zur letzten Folge ausführlich diskutiert. Also ich würde, ich würde, ich würde da die Regierende nicht so schnell davon kommen lassen mit der These, es wird alles furchtbar teuer. Ja klar, wird das möglicherweise teuer. Aber wenn es an das Existenzminimum geht und wenn es darum geht, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen oder hungrig zur Schule gehen müssen, finde ich, dann muss man schon mal ein bisschen genauer schauen, ob sich denn da nicht noch irgendwo im Bundeshaushalt ein kleiner Posten fehlt, der vielleicht nicht ganz so dringend ist. Also da finde ich, sollte man die Handel denn auch nicht so schnell aus der Verantwortung lassen, eine Hartz-IV-Berechnung auf den Tisch zu legen, die sich tatsächlich mit den Karlsruher Vorgaben vereinbart hat. Das wollte ich so auch nicht verstanden wissen. Ich paraphrasierte eher so die Haltung von Politikern wie Jens Spahn. Die sagen, es ist allzu teuer, geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Äußerung unter Populismus subsumieren würde. Sie ist halt kontrovers, ja, aber es ist... Auf jeden Fall ist es polemisch, denke ich mir. Hartz-IV bedeutet nicht Armut, ist, finde ich, schon eine sehr... Das ist polemisch. Das ist wirklich polemisch. Also Populismus weiß ich nicht, das hängt ja so ein bisschen davon ab, was man darunter versteht. Das ist ja ein eigenes Forschungsfeld der Politikwissenschaften, unter anderem, was eigentlich Populismus sei. Aber polemisch ist es schon. Aber polemisch ist es ganz sicher. Ganz interessant fand ich ein Phänomen, das sich in den sozialen Medien noch etabliert hat, nämlich eine Aktion von Sandra S. Ja, Sandra S. Punkt, wie sie genau heißt, weiß man nicht. Sagt von sich selber, sie sei 40 Jahre alt, wohne in Baden-Württemberg und habe einen zehnjährigen Sohn und sie sei Empfängerin von Sozialleistungen, sprich Hartz IV. Und sie hat auf einer Online-Plattform eine Petition gestartet, die Stand heute, also nach einer knappen Woche, 150.000 Unterschriften bekommen hat. Und Sandra S. fordert nämlich Herrn Spahn auf, meistern Sie für einen Monat Ihren Alltag zum Hartz-IV-Grundregelsatz von 416 Euro im Monat. Und das finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee, wenn Jens Spahn tatsächlich der Meinung ist, Hartz IV bedeutet nicht Armut, dann würde ich sagen, feel it, man. Ja, dann soll das eben einfach mal einen Monat ausprobieren. Ist natürlich ein bisschen fies, weil man natürlich als Spitzenpolitiker auch einen bestimmten Sonderbedarf hat. Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen, von Reisekosten bis selbstverständlich auch erhebliche Repräsentationskosten und so. Das ist völlig klar, das funktioniert nicht so ohne weiteres. Aber ich finde diese Einladung ganz charmant, weil ein solcher Rollenwechsel tatsächlich vielleicht mal die Augen öffnen könnte. Und gerade, ich finde es ehrlich gesagt interessant, dass ein doch noch relativ junger Mann von 37 Jahren schon so abgehoben reden kann, wie das Jens Spahn in diesem Interview getan hat. Das hat mich persönlich schon recht deutlich irritiert, muss ich sagen. Ja, ein bisschen zurückgerudert. Natürlich ist es schwierig, sagt er bei NTV, mit so einem kleinen Einkommen umgehen zu müssen, wie es Hartz IV bedeutet. Also, naja, aber das kriegt dann natürlich wieder keiner mit, sondern das, was zählt und wirkt, ist das, was er zuerst gesagt hat. Wir hatten auch noch mit interessanten Äußerungen eines zweiten Regierungsmitglieds zu tun, das diese Woche ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, nämlich unser Leiter des Heimatmuseums hat sich zu Wort gemeldet, der Innenminister, Horst Seehofer und Heimatminister oder Leiter des Heimatmuseums, wie er selber sich ein bisschen deutschisch versprochen hat. Ganz großartig. bei der Stelle ganz herzlichen Dank an mehrere Hörer und Hörerinnen, die uns diesen Videoschnipsel eingesandt haben auf Twitter und per E-Mail und auf Facebook. Wir haben uns köstlich amüsiert. Es gibt nämlich in der Tat ein Interview oder, nee, es ist glaube ich so eine Pressekonferenz gewesen. eine Pressekonferenz von Horst Seehofer, wo er selber von seinem Ministerium als Heimatmuseum spricht. Ja, er korrigiert sich dann gleich so, aber es ist deutlich zu hören, dass er das als Heimatmuseum bezeichnet. Jedenfalls hat er sich in der, hat er der Zeit ein Interview, nee, wem hat er ein Interview gegeben? Der Bild hat er ein Interview gegeben. Der Bild, genau, das ist jetzt wieder gegeben in der Zeit. Und die Bild hat da große Schlagzeile auf der ersten Seite draus gemacht. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Hat er auch gesagt. Oder? Ja, hat er gesagt und das hat dann in der Tat auch zu einem Aufschrei geführt und zu einer neuen Diskussion um den Islam und so. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dieses Beispiel führen wir jetzt nicht an, um zu sagen, Horst Seehofer hat so viel Unsinn erzählt, sondern da finde ich eigentlich er hat unsere Medienlandschaft so ein bisschen hysterisch reagiert. Denn wenn man seine Äußerungen mal so ein bisschen im Kontext sieht, dann klingt das alles schon ganz anders. Er hat zwar gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, denn Deutschland sei durch das Christentum geprägt. Dazu gehören laut Horst Seehofer der freie Sonntag kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten und das spielt ja im Grunde auf unsere christlich-abendländische Kulturtradition an und die ist natürlich auch nicht in Zweifel zu ziehen. Er hat dann nämlich aber noch was zweites gesagt und das hat die Bild-Zeitung eben, ich will nicht sagen unter den Tisch fallen lassen, aber natürlich wesentlich kleiner gedruckt. Er hat nämlich gesagt, die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland und das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben sollen. Also er hat klar differenziert zwischen der kulturellen Prägung Deutschlands, die gleichsam überkommen ist, die sich aus einer Jahrhunderte alten christlichen Kulturtradition ergibt. Auf der einen Seite hat aber sehr deutlich vermieden, Menschen muslimischen Glaubens gleichsam auszuschließen von dem Anspruch, dass sie Deutsche sein können. Selbstverständlich gehören die bei uns lebenden Muslime auch zu Deutschland und wenn man das mal so im Kontext betrachtet, finde ich, dann ist das immer noch natürlich ein ganz bestimmtes Vorverständnis, diese christliche Prägung, aber dann ist es jedenfalls aus meiner Sicht auch wirklich kein Skandal mehr, oder? Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Nee, ich würde das auch sagen, das ist immer so die Frage, was verstehst du unter dem Islam, was bedeutet das? Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff hat das ja gesagt, der Islam gehört zu Deutschland und Merkel hat das an mehreren Stellen auch sich zu eigen gemacht und gesagt, ja, es stimmt, der Islam gehört zu Deutschland, obwohl es auch in den eigenen Reihen da, also Volker Kauder hat da auch widersprochen und öffentlich widersprochen, dass er das nicht so sieht. Und ich glaube, ja, also ich kann da jetzt auch keinen Skandal entdecken. Das ist die Frage, was verstehst du unter dem Islam? Und die verstehen halt immer, also wenn er sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann verstehen die natürlich auch immer Islamismus, ja, unterm Islam. Das gehört da, das gehört dafür. Das ist ja nochmal eine ganze Frage. Ja, genau, aber das ist. Aber meinst du, das meinen die dann? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Differenzierung, die sie machen wollen, indem sie sagen, zum Islam gehört für uns auch Islamismus und deswegen gehört der Islamismus nicht zu Deutschland, aber die Muslime, die hier leben, so, die gehören natürlich dazu. Ich glaube, daher rührt diese Differenzierung. So, und über die kann man natürlich streiten, aber ich finde, weißt du, wenn jemand sagt, ja, also einen Skandal kann ich da nicht entdecken. Insbesondere, wenn man dann noch einen weiteren O-Ton aus diesem Interview sich vor Augen führt, wo er nämlich gesagt hat, einerseits, klar, Anspruch oder Verlangen nach Integration, O-Ton lautet, Muslime müssen mit uns leben, nicht neben oder gegen uns. Ja, da formuliert er natürlich ganz klar einen Anspruch an Integration, aber er verbindet das zugleich mit einem Appell auch an die Mehrheitsgesellschaft. Er sagt nämlich, um das zu erreichen, also mit uns leben, nicht neben oder gegen uns, um das zu erreichen, brauchen wir gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme. Das erreicht man nur, wenn man miteinander spricht. Also im Grunde ist es ein Aufruf zum Dialog. Und wenn man das alles mal im Zusammenhang liest, dann ist, wie soll ich sagen, der Grundton des Interviews eben gerade nicht eine deutliche Abgrenzung vom Islam, sondern eher ein Appell für mehr Verständnis und natürlich ein Aufruf zur Integration an Menschen islamischer Herkunft. Ja, er hat ja auch gesagt, dass er diese Islamkonferenzen wieder beleben oder weiterführen will. Also, ja, also wie gesagt, man kann darüber streiten, was ist die Definition, muss man das so sagen. Natürlich macht es die Bild auf die Titelzeile. Natürlich geht das dann natürlich auch in Richtung AfD-Wähler. Aber wenn man sich das komplette Interview ansieht, dann weiß ich nicht, dann falle ich nicht in Ohnmacht. Ja, ganz interessant fand ich noch den Akzent, den Katharina Barley, frisch gekürte Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz gesetzt hat. Und zwar sagte sie nämlich, quasi als Gegenbegriff zu, Deutschland ist geprägt durch christliche Tradition, sagt sie, was unsere Werte angeht, ist und bleibt das Grundgesetz die Basis unseres Zusammenlebens. Ja, also diese ganz klassisch verfassungspatriotische Haltung in der Tradition von Jürgen Habermas, das ist eine These, die mir persönlich sehr sympathisch ist, ehrlich gesagt, dass man sich jetzt nicht so sehr aus der Geschichte heraus definiert, was natürlich immer, muss man die Geschichte im Blick behalten, aber dass man für die Zukunft weniger die christlichen Traditionen als prägend ansieht, als das Grundgesetz und die darin verkörperten Werte. Wobei das auch nicht ganz einfach ist, eigentlich zu sagen, wofür dieses Grundgesetz denn jetzt eigentlich steht. Die Diskussion hatten wir ja auch in der Lage schon verschiedentlich, was denn jetzt eigentlich das Grundgesetz als Werteordnung konkret bedeutet, über die unmittelbar geregelten Inhalte hinaus. Und weitere Reaktion von Franziska Giffey, die bisherige Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln. Die Zeit bezeichnet Neukölln als Problembezirk. Ob das nun so trifft, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, Franziska Giffey wird mit den Worten zitiert, vor Ort helfen solche Debatten, Gedankenstrich, wie sie also Seehofer hier angezettelt hat, Gedankenstrich, überhaupt nicht weiter. Also Familienministerin ist sie. Genau, die neue Familie. Okay, zum Schluss vielleicht noch ein kurzes Feedback. Das ist bei mir so ein bisschen aufgelaufen. Das war mir nochmal, wollte ich nochmal den Punkt machen, weil das jetzt nicht das erste Mal war und sicherlich auch nicht das letzte Mal. Es geht um die Deutsche Umwelthilfe. Die haben wir ja in diesem Podcast schon häufiger erwähnt, vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesem Dieselbetrug, weil die Deutsche Umwelthilfe ja führend ist bei diesen Klagen gegen die Kommunen und auch dieses zumindest mögliche Fahrverbot in deutschen Städten herbeigeklagt hat und auch diesen ganzen Dieselskandal maßgeblich mit losgetreten hat. Und da kamen dann öfter schon mal Meldungen, hey, DUH, also Deutsche Umwelthilfe, schaut euch das mal an, wie die finanziert werden. Das ist ja extrem dubios. Und da wollte ich drei Sachen zu sagen. Erstens, wenn wir, also ich, ich weiß nicht, du kannst ja auch mal was dazu sagen, aber wenn ich mir so eine NGO, so eine Truppe angucke und dann beurteile ich sie zunächst einmal nach dem, was sie tut. So, was machen die eigentlich? Und ich finde, ich beobachte die jetzt schon eine ganze Weile, das, was die machen, in der Regel, finde ich, unterstützenswert und hat Hand und Fuß. So, und ich finde, diese Klagen gegen die Kommunen und die DOH, wenn es die DOH nicht gegeben hätte, dann wäre dieser Dieselskandal noch in eine ganz andere Richtung gelaufen. Und diese Klagen, da haben wir auch drüber gesprochen, durchaus ehrenwert, finde ich gut, unterstützenswert, geht in die richtige Richtung. So, und dann, an zweiter Stelle kann man sich angucken, wie werden sie eigentlich finanziert. Und dann ist die Kritik, sie haben so wenig Mitglieder und sie haben so wenig Mitglieder, wo ich sage, ja, ich finde, es ist kein Problem, wenn eine NGO wenig Mitglieder hat. Das finde ich jetzt erstmal kein valider Kritikpunkt, gibt eine ganze Menge. Die GFF hat noch viel weniger. Eben, wollte ich auch sagen, die GFF hat noch viel weniger Mitglieder. Die fördern halt, das ist alles transparent, habe ich jetzt kein Problem mit. Dann heißt es, ja, die Deutsche Telekom finanziert auch die Deutsche Umwelthilfe mit, wo ich sage, ja, okay, mag sein. Erstens, das ist transparent. Zweitens, Industriegeld, ja, ist immer ein Problem, aber dann gucke ich doch erstmal wieder drauf, führt es das Industriegeld dann dazu, dass das irgendwie in die falsche Richtung geht oder dass sie etwas anderes tun, als sie sagen. Tun sie nicht, kann ich nicht erkennen und deswegen ist auch Geld von der Deutschen Telekom für mich erstmal bei der Deutschen Umwelthilfe kein Problem. Und dann ist es die OHA denn eine NGO, weil sie so wenig Mitglieder hat und weil sie irgendwie Geld von der Industrie kriegt und auch vom Staat, ja, von der EU, wo ich sage, ja, natürlich ist es eine NGO, es ist keine Regierungsorganisation, es ist eine Nichtregierungsorganisation und auch viele andere Nichtregierungsorganisationen kriegen zum Teil recht maßgeblich Geld vom Staat, ja, von der EU, von Fördermitteln, zum Teil haben die mehr als 50 Prozent. Stichwort Freedom House, Freedom House, haben wir gerade gesagt, 86 Prozent US, oder viele andere, ja, irgendwie große, große humanitäre NGOs kriegen zum Teil über 50 Prozent ihres Budgets von der EU zum Beispiel. Also das ist ein Thema, über das ich mir ja schon sehr viele Gedanken gemacht habe, wie legitimiere ich eigentlich die Arbeit einer NGO, das ist ja, ist ja bei der GFF auch ein absolutes Standardthema und wir haben uns zum Beispiel ja auch dafür entschieden, dass wir nur ein ganz kleiner Verein sind, von wie gesagt nicht mal 30 Leuten, einfach deswegen, weil wir einfach aufpassen müssen bei einer NGO, die sich ständig mit staatlichen Stellen anlegt, dass wir nicht unterwandert werden, das klingt jetzt wahrscheinlich ganz furchtbar nach Verschwörungstheorie, aber ich kann doch bei einer solchen NGO nicht einfach beliebig Menschen aufnehmen, die dann hinterher auch Stimmrechte haben und den Kurs der NGO möglicherweise völlig umdrehen können, ja, das kann ich nicht machen, deswegen haben wir da einen kleinen Kreis von Fördermitgliedern und deswegen ist unsere Arbeit nicht so ein kleinen Kreis von echten Mitgliedern, die stimmberechtigt sind und dafür aber einen großen Kreis von Fördermitgliedern, die wir in Zukunft natürlich auch noch mehr einbinden wollen, welche Prioritäten ihnen zum Beispiel wichtig sind, aber im Kern ist unsere Arbeit nicht legitimiert durch irgendwie demokratische Entscheidungen, durch Basisdemokratie, sondern die Arbeit wird legitimiert dadurch, was wir tun, also wir sind, das ist immer quasi eine Output-Legitimation, wir hoffen, dass die Arbeit der GFF überzeugend ist und dass die Menschen das gut finden, was wir tun und dass sie dafür Fördermitglieder sind oder im Einzelfall spenden. Und genauso denke ich, kann man das auch bei der DUH sagen, die ist vielleicht jetzt nicht wahnsinnig basisdemokratisch, weil die, anders als der ADAC, ja, keine Millionen von Mitgliedern hat, auf der anderen Seite, aber kann jeder schauen, was die tun und kann sich überlegen, ob das sinnvoll ist, zum Beispiel für Fahrverbote in Städten zu klagen und unsere Sichtweise ist glaube ich, das gut finden. Genau, aber man kann halt einfach schauen, was die tun und Beispiel GFF wiederum, wir stellen zum Beispiel ja sämtliche Klagen oder Verfassungsbeschwerden, die wir einreichen, stellen wir auf unserer Homepage. Kann jeder sich durchlesen, ist das eine juristisch überzeugende Arbeit, finde ich das gut, was die da machen, finde ich die Argumentation gut, habe ich den Eindruck, meine Spenden, meine Fördermitgliedsbeiträge, die werden da in sinnvolle Arbeit umgesetzt und das denke ich ist eben eine andere Form von Legitimation, die aus meiner Sicht gleichberechtigt neben einer demokratischen Legitimation steht. Genau und dann kann man immer noch sagen, ja, aber ihr seid nicht basisdemokratisch und dann sagt, dann sind wir da. Dann sind wir da. Dann machst du deinen eigenen Laden auf oder geh zum anderen. Also solange finde ich da Tat und Wort in Einklang steht und transparent ist, wo wer Mitglied ist und beziehungsweise wie das finanziert wird, finde ich das total okay. Genau, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen, wie es schon in der Bibel heißt und das finde ich in diesem Fall gerade bei NGOs auch wieder sehr überzeugend und genau, bei Output-Legitimation und natürlich Transparenz, gerade beim Budget, damit man sehen kann, wer das tatsächlich fördert. Das ist ja zum Beispiel bei der GFF so, dass wir gerade deswegen so viel auf Fördermitglieder Wert legen, weil wir einfach die Hoffnung haben, wenn wir viele, viele tausend Menschen haben, die uns vergleichsweise überschaubare Beträge spenden, dann sind wir von niemandem Einzelinteressen und niemand ist Einzelinteressen abhängig und das ist im Grunde genau die Form von unabhängiger Verteidigung, finde ich, der Rechtsordnung, die man für so eine NGO braucht. In diesem Sinne ist die Lage, würde ich sagen, abschließend und umfassend beurteilt und analysiert, Ulf. Wir machen Winke, Winke. Wir machen Winke, Winke. Das war eine etwas, wie soll ich sagen, etwas ungewöhnliche Lage der Nation, weil sie eigentlich eher so ein bisschen eine Lage der Welt war, wirklich ein Blick über den großen Tellerrand. Wir haben die außenpolitischen Themen und so quasi der Stimmung in der Weltgemeinschaft mal besonders großen Raum eingeräumt, aber ich fand das wichtig und ich bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare dazu, weil das ein Thema ist, in dem wir, das ist ja gar kein Geheimnis, Philipp und ich, weniger drinstecken, als vielleicht in innenpolitischen Diskussionen um Sicherheitsgesetze zum Beispiel oder um umweltpolitische Diskussionen und aber ich finde es wichtig, dass wir auch über solche Themen mal sprechen, auch wenn wir da jetzt auf diesem Gebiet vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung und Einblicke haben und bin umso mehr gespannt, aber wie ihr die Diskussion wahrgenommen habt, was euch einfällt, was euch aus eurer Sicht gefehlt hat und zum Beispiel sind wir auch immer dankbar für gute Vorschläge, mit wem wir da nochmal sprechen könnten, denn wir haben ja auch häufig Experten im Interview, wenn ihr einen Vorschlag habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Aber mich interessiert auch, also wie ihr vor allen Dingen so diese Weltlage empfindet, ja mit diesen wirklich fluiden Grenzen und dieser oft staatlich gesäten Unsicherheit und so, also das ist zumindest so die Weltlage wie ich, wie wir sie gerade wahrnehmen und das haben wir in dieser Sendung mal thematisiert, auch weil häufig auch Feedback kam, so nach dem Motto, ja ist alles schön und gut und alles super, aber ein bisschen mehr Ausland, ein bisschen mehr global dürfte schon sein und das haben wir in dieser Sendung und in dieser Ausgabe dann mal zu Herzen genommen. Aber jetzt würde ich sagen ist Schluss, wir sagen gute Nacht und habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche oder sehen wir uns zum Teil auch in Hamburg oder hören uns aus Hamburg. Macht's gut. Lage live am Freitagabend, bis dahin kommt gut in die neue Woche, bleibt uns gewogen und auf bald. Tschau. 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 Tschau.